Karl Philipp Emanuel Bach, Selbstbiografie Ich, Karl Philipp Emanuel Bach, bin 1714 im März in Weimar geboren. Mein seliger Vater war Johann Sebastian, Kapellmeister einiger Höfe und zuletzt Musikdirektor in Leipzig. Meine Mutter war Maria Barbara Bachin, jüngste Tochter von Johann Michael Bachin, einem gründlichen Komponisten. Nach geendigten Schulstudien auf der Leipziger Thomasschule habe ich die Rechte sowohl in Leipzig als nachher in Frankfurt an der Oda studiert und dabei am letzteren Orte sowohl eine musikalische Akademie als auch alle damals vorfallenden öffentlichen Musiken bei Feierlichkeiten dirigiert und komponiert. In der Komposition und im Klavierspielen habe ich nie einen anderen Lehrmeister gehabt als meinen Vater. Als ich 1738 meine akademischen Jahre endigte und nach Berlin ging, bekam ich eine sehr vorteilhafte Gelegenheit, einen jungen Herrn in fremde Länder zu führen. Ein unvermuteter, gnädiger Ruf zum damaligen Kronprinzen von Preußen, jetzigen König nach Rupin, machte, dass meine vorhabende Reise rückgängig wurde. Gewisse Umstände machten jedoch, dass ich erst 1740 bei Antritt der Regierung seiner preußischen Majestät förmlich in dessen Dienste trat und die Gnade hatte, das erste Flöten-Solo, was sie als König spielten, in Charlottenburg mit dem Flügel ganz allein zu begleiten. Von dieser Zeit an bis 1767 im November bin ich beständig in preußischen Diensten gewesen, ungeachtet ich ein paar Mal Gelegenheit hatte, vorteilhaften Rufen anderswohin zu folgen. Seine Majestät waren so gnädig, alles dieses durch eine ansehnliche Zulage meines Gehalts zu vereiteln. 1767 erhielt ich die Vokation nach Hamburg als Musikdirektor an die Stelle des seligen Herrn Kapellmeisters Telemann. Ich erhielt nach wiederholter alleruntertänigsten Vorstellung meinen Abschied vom König und die Schwester des Königs, die Prinzessin Amalia von Preußen Hoheit, taten mir die Gnade, mich zu Höchstdero Kapellmeister bei meiner Abreise zu ernennen. Ich habe zwar seit meinem Hiersein wiederum ein paar Mal sehr vorteilhafte Rufe anderswohin gehabt, ich habe sie aber jederzeit abgeschrieben. Meine preußischen Dienste haben mir nie so viel Zeit übrig gelassen, in fremde Länder zu reisen. Ich bin also beständig in Deutschland geblieben und habe nur in diesem meinem Vaterlande einige Reisen getan. Dieser Mangel an auswärtigen Reisen würde mir bei meinem Metier mehr schädlich gewesen sein, wenn ich nicht von Jugend an das besondere Glück gehabt hätte, in der Nähe das Vortrefflichste von aller Art von Musik zu hören und sehr viele Bekanntschaften mit Meistern vom ersten Range zu machen und zum Teil ihre Freundschaft zu erhalten. In meiner Jugend hatte ich diesen Vorteil schon in Leipzig, denn es reiste nicht leicht ein Meister in der Musik durch diesen Ort, ohne meinen Vater kennenzulernen und sich vor ihm hören zu lassen. Die Größe dieses meines Vaters in der Komposition, im Orgel- und Klavierspielen, welche ihm eigen war, war viel zu bekannt, als dass ein Musikus von Ansehen die Gelegenheit, wenn es nur möglich war, hätte vorbeilassen sollen, diesen großen Mann näher kennenzulernen. Von allem dem, was besonders in Berlin und Dresden zu hören war, brauche ich nicht viele Worte zu machen. Wer kennt den Zeitpunkt nicht, in welchem mit der Musik sowohl überhaupt, als besonders mit der akkuratesten und feinsten Ausführung derselben eine neue Periode sich gleichsam anfing, wodurch die Tonkunst zu einer solchen Höhe stieg, wovon ich nach meiner Empfindung befürchte, dass sie gewissermaßen schon viel verloren habe. Ich glaube mit vielen einsichtsvollen Männern, dass das jetzt so beliebte Komische hieran den größten Anteil habe. Ohne Männer anzuführen, welche man vielleicht vorwerfen könnte, dass sie entweder gar nichts oder nur wenig Komisches gemacht haben, will ich einen der jetzt lebenden größten Meister im Komischen, Signor Gallupi, nennen, welcher mir in meinem Hause zu Berlin vollkommen beipflichtete und einiger sehr lächerlichen Vorfälle, welche er sogar in einigen Kirchen Italiens erlebt hatte, bei dieser Gelegenheit erwähnte. Genug, ich musste mich begnügen und begnügte mich auch sehr gerne, außer den großen Meistern unseres Vaterlandes das Vortreffliche von aller Art zu hören, was die fremden Gegenden uns nach Deutschland herausschickten und ich glaube nicht, dass ein Artikel in der Musik übrig sei, wovon ich nicht einige der größten Meister gehört habe. Es sollte mir nicht schwerfallen, einen großen Raum vom bloßen Namen der Komponisten, Sängerinnen, Sänger und Instrumentisten von aller Art anzufüllen, wenn ich weitläufig sein und mein Gedächtnis anstrengen wollte, welche ich habe kennengelernt. So viel weiß ich gewiss, dass sich darunter Genies finden, welche nur nicht in dieser Art und Größe wiedergekommen sind. Diesem allen ungeachtet leugne ich nicht, dass es mir ungemein lieb und vorteilhaft würde gewesen sein, wenn ich hätte können Gelegenheit haben, fremde Länder zu besuchen.